Heute zeige ich euch mal was Besonderes, was man sich im Prinzip nur einmal zulegt. Ich habe hier so ein kleines Gimbal, da spannt man sein Handy ein. Das habe ich öfter benutzt, um Outdoor für euch live zu streamen. Klein, leicht, relativ günstig mit 100 bis 150 Euro. Und das ist hier von der Firma Free Vision. Das haben sie mir damals geschickt. Schicksteil, nett. Jetzt habe ich aber mal ein bisschen aufgerüstet. Und zwar mit einem Gimbal, das man nicht nur für Handys wendet, sondern ganz im Gegenteil für eine spielende Flexkamera. Ich habe jetzt hier die Canon EOS R. Die habe ich mir auch vor einigen Wochen erst neu zugelegt, nachdem meine Lumix G70K den Geist aufgab. Und ja, die wird hier gut gehalten. Wir haben einmal das Feiyotech AK-2000. Das kann eigentlich auch so aussehen, aber ehrlich gesagt halte ich von dem, so wie das hier ist, nicht so viel. Wenn, dann brauche ich diesen Käfig, also dieses Gestänge dazu. Und das ist das Feiyotech AK-R1. Das ist sozusagen das hier drumrum. Dann baut man das eigentliche Gimbal auseinander und fügt es im Prinzip hier in den Rahmen mit ein. Das hier hat einen Preis von momentan 409 Euro und das Gestänge 200. Also insgesamt haben wir ein Gimbal-Stein, das leider Gottes 600 Euro kostet. Das ist eine Menge Geld. Aber wenn man so die Konferenz anzieht, zum Beispiel DJI, ist man leider nicht günstiger dabei. Ganz im Gegenteil. So, um es euch mal kurz zu erklären. Wir haben hier dieses Gestänge. Das sind drei Achsen. Ganz logisch, alles Vollmetall. Sehr, sehr gut verarbeitet. Das alles ist Carbon, also Kohlefaser. Sehr schick auch. Und hier wird das Ganze zusammengeschraubt. Alles, alle Gewinde, alles schönes Metall. Elixiertes Aluminium. Und unten haben wir die Geständfüße. Die können wir noch einklappen hier, wenn wir das wollen. Da kann man das Ganze reißetauglicher machen, wenn man es verpacken möchte, in einem Koffer oder so. Und das Ganze Geständchen kann man natürlich auseinanderbauen. Was noch mitgeliefert wird an Zubehör, ist zum einen die Akkus. Also hier sind ja vier 18650er Akkus mitgeliefert, die jetzt schon hier im Griff drin sind. Man lädt das Ganze dann hier über die USB-Ladebuchse auf. Ganz einfach, da muss man es natürlich nicht jedes Mal auseinanderbauen. Das wäre ja schrecklich. Und für das Gipfel an sich noch so ein schöner, massiver, dreibeiniger Standfuß, den man unten dran schrauben kann. Aber wie gesagt, ich verwende es ja so. Also müsst ihr euch so vorstellen, wie das hier. Genau, dann noch ein paar Schrauben, ein paar Kabel, was man halt so brauchen könnte. Was ich sehr, sehr praktisch finde an dem Ganzen hier, ist einfach, dass wir hier oben noch die Möglichkeit haben, zwei Dinge festzuschrauben. Also hier diesen Blitzschuh-Adapter, den man halt in der Kamera oben hat, zum Beispiel für das Mikrofon, das haben wir hier. Und zum Beispiel hier für die Lampe, wie ich es jetzt verwenden würde, haben wir dann hier, da können wir auch hier Licht machen. Das ist auch sehr angenehm. Und ja, das ist halt alles schon oben am Gimbal fest. Oder wenn ich mir dann mal einen Atomos externen Recorder zugelegt habe, kann man dann hier auch mit dran machen, dann haben wir hier noch einen schönen, fetten Bildschirm oben dran. Sehr praktisch, die Dinger sind halt schon vorinstalliert, kann man aber auch entfernen, wenn man das möchte. Oder halt abschrauben und dann hier an die Seite machen. Oder hier, wie auch wenn man das möchte. Ja, das Ganze ist eigentlich sehr einfach. Ich habe mir keine Tutorials angeschaut, ich habe keinen Blick in die Anleitung geworfen. Konnte alles zusammenbauen ohne Probleme und auch in Funktionen in Betrieb nehmen ohne Probleme. Das Ganze ist relativ einfach. Ich verwende hier aber nur den normalen Modus, ohne das Gimbal und die Kamera selbst wirklich miteinander zu verbinden. Da können wir hier ganz einfach steuern mit diesem Kreuz. Das ganze System kenne ich ja schon von dem anderen hier. So, das ist eigentlich kein Unterschied, nur dass halt die Kamera, die eingespannt ist, ein bisschen größer ist als ein Handy. Ja, geht auf jeden Fall super. Die paar Modi, die wir haben. Die Batterieanzeige ist hier oben. Und ja, natürlich an die ganzen Möglichkeiten erst ausgeschöpft, wenn man die Kamera wirklich verbindet. Da kann man dann mit dem Griff hier Fotos machen oder Autoname tätigen, etc. Brauche ich persönlich aber nicht. Ich mache das ja alles von der Kamera aus. Ja, man kann alles sehr präzise einstellen. Wir haben hier an den drei Achsen die ganz normalen Schiebemechanismen. Wir haben hier alles Metall, wie gesagt, sehr hochwertig verarbeitet. Hier habe ich wirklich keinen einzigen Schmachpunkt gefunden. Sollte man vielleicht mal vorher ausschalten. Aber wie ihr gesehen habt, das Ganze kann man auch missbrauchen als Vibrator. Ja, Spaß beiseite. Hier ist der Schuh, wo die Kamera dann drin sitzt. Dann spannt man ein. Wie gesagt, alles Vollmetall. Sehr, sehr schick. Hört ihr das? Die Vibration Die ist wirklich vorhanden. Also ein bisschen Jungen, Junge. Das ist mystisch. Also internes Audio. Ich werde jetzt gleich mal austesten, wie das ist. Guck mal. Das hier ist jetzt mal ein Test des internen Audios. Da die Vibrationen des Gimbals an sich schon ziemlich stark sind. Und die Vibrationen sind neben dem ziemlich hohen Preis, wenn man das als Negatives bewerten kann oder möchte, das Einzige, was mir hier negativ aufgefallen ist an dem Ganzen. Was natürlich noch ein bisschen, naja, negativer Beigeschmack ist, ist das Gewicht. Wenn man das Ganze so hält, das ist schon schwer. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich jetzt hier eine Stunde was aufnehme, habe ich Rückenschmerzen. Die Kamera alleine ist ja schon ziemlich schwer und dann das Gestänge noch dazu. Oh ja, also das hat echt Gewicht. Junge, Junge. Ich habe damit auf jeden Fall schon ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Die werde ich euch auch gleich mal zeigen hier im Anschluss. Und ja, mein Fazit nach ein paar Wochen in der Nutzung. Ich habe damit noch kein Musikvideo gedreht oder ähnliches, was ich in der Zukunft vorhabe. Geil. Das habe ich gebraucht. Das hat mir gefehlt. Und damit werde ich definitiv richtig schöne Sachen machen in der Zukunft. Ich werde das wahrscheinlich immer im Käfig lassen, also in diesem großen Ding. Und niemals das kleine Stabvariante verwenden, weil das einfach tausendmal schön ist. Es ist sehr groß. Also wenn ich das jetzt überall mitnehme, müsste so auf Reisen oder Rüßschnee zu irgendwas, ist sehr unangenehm. Ich werde das höchstwahrscheinlich so 80% für Musikvideos oder ähnliche Aufnahmearbeiten verwenden. Oder wenn man mal Outdoor, so etwas wie ein Interview macht oder ein Talk, wo halt ein Kameramann dann langläuft und vor der Linse laufen zwei Menschen und unterhalten sich. Mikrofon drauf, hier Lampe drauf oder externen Recorder oder was auch immer und dann funktioniert das super. Also wenn ich das Ding verwende und Audio aufnehme, dann gleich auf jeden Fall auch mein Mikrofon drauf. Pflanzen an sich. An sich Batterien halten okay. Vergleichsweise ist da so ein Gimbal effizienter. Also da halten die Batterienhandlungen noch länger. Aber ja, reicht aus. Auf jeden Fall für einige, einige Stunden Material. An sich das Bedienen finde ich einfach, finde ich ordentlich und das Feld auch schick. Display ist relativ klein, hier ist alles was sein muss. Wie gesagt, die Qualität ist absolut 1A, was das AK2000 und das AKR1 angeht. Beide zusammen haben eine wunderschöne Fusion gebildet und mir jetzt hier das, ich will nicht sagen, perfekte Gimbal gebildet, aber auch ein sehr schönes Stück Technik. Ja, ich hoffe, ich werde in Zukunft damit zufrieden sein. Falls nicht, lasse ich euch es definitiv wissen. Wir sehen uns jetzt zusammen diese wunderschönen Aufnahmen von draußen an. Das Audio ist ja sinnlos, deswegen gibt es ein bisschen Mucke beziehungsweise meine Quatsche dazu. Viel Spaß damit und kauft mehr Gimbals. Wir sehen uns irgendwann mal wieder, euer Max Gimbalberg. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020